Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Portal Knights. Jihihi, uhu, haha, hehehe. Wieder mit einem Start ist der Nero. Ja. Der leider einen neuen Charakter anfangen müsste. Ja, Rechnen neu machen und dann ist Charakter auch immer weg. Das war blöd, aber ist ja nicht tragisch. Dann würde er halt wieder leveln. Und Noxy ist heute auch nicht dabei. Aber wie ihr seht, bin ich hier schon ein bisschen... Ich habe nicht alles angepflanzt, aber ich habe hier schon so ein kleines Gärtchen hier gemacht. Ein bisschen übersichtlicher gemacht. Und das habe ich ja alles, wie gesagt, zwischen der Aufnahme gemacht. Und da kommt auf jeden Fall noch mehr dazu. Wir haben noch haufenweise eine Kisten hinten. Fleißig, fleißig, Onkel. Muss ich schon sagen. Und ja. Naja, mal gucken. Genau, das halbfertige Haus, wo wir angefangen haben. Genau, irgendwie... Das weiß nur Noxy und Nero, wie es weitergeht. Wenn du das sagst. Egal. Ja, aber heute soll es ja kein Bauthema werden, sondern wir wollen heute mal ein bisschen weiter erkunden. Richtig. Ich werde mir gucken, dass ich nur schnell neue Waffen crafte, bislang mir neue Waffen craftet. Ich glaube, das war ja auf Dings abhängig, ne? Auf... Level abhängig. Ja, level abhängig. Äh, Waffen, Waffen, was brauchte man denn dazu? Oder was brauchtest du? Du brauchtest auf jeden Fall... Bogen. Hier, Gefanz oder Kupferbogen. Klingt gut, ne? Ja, klingt sehr gut. Ähm... Jetzt vom Patchen her habe ich noch was gemacht. Zum Beispiel die Rolle vorwärts. War mir jetzt so nicht bekannt. Oder mir ist das einfach nicht aufgefallen. Holzscheide? Wie finde ich denn das? Eine Holzscheide. Ü-was. Ja, unser Lager ist ja nicht da, ne? Du bist doch jedenfalls komplett im Gegenteil vom Rivano, das muss ich mal sagen. Ist die Holzscheide? Weil Rivano macht aber die Testaufnahme mit mir und dann ist er ganz leise. Und du machst die Testaufnahme, bist normal und bist dann, geht es unter Aufnahme ganz leise. Oh mein Gott, nein. Doch, du redest auf einmal so leise. Was ist los? Ich rede doch nicht leise. Bin ich lauter? Ach nee, Quatsch, ich habe ja meinen Lautstärker runtergestellt. Was? Also meine Kopfhörer-Lautstärker. So, Bogen ist drin. Cool. Bogen ist drin. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. So, jetzt brauchen wir hier also noch eine Panzerung. Brauchen wir denn da? Werkbank, Ambers, Werkbank jetzt? Ach, guck mal. Ah, hm. Ach, ich hätte hier noch... Ah, warte mal, ich hätte hier noch am Ambers noch was Besseres machen können, oder? Ach, das ist ausreichend. Nö, 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 geht doch nicht. Ja, ist gut ausreichend hier. Okay, jetzt, ähm... Jetzt eine Rüstung. Äh, warte mal, was haben wir denn hier? Wikinger, Wildhüter bist du, ne? Oder wie war denn das? Das ist ja auch bei Schütze, ne? Schütze-Jag und sowas. Ich weiß halt nicht, ob du... Ja, ich habe hier noch... Äh, ja, also Schütze... Es gibt hier... Oder Jägerkappe, Schuppen, haben wir Schuppen. Wikinger, Wildhüter, Waldläufer, Ritterumhang, Junker, Speer. Hier oben ist, ja, aber das ist ja oben dann, Waldläufer. Ja, Waldläufer brauchen nur Kupfer und Baumwollstoffe. Ja, aber das sind die, die... Achso, Werkbank 2. Achso, das ist unten das Leichteste, denke ich mal. Hm, ich denke mal. Aber unten hast du halt Wildhüterheimer am Amboss. Hast du richtig, äh... Was auch nötiges? Sag, es geht nicht. Ähm, das ist ja egal, das spielt keine Rolle. Hauptsache, irgendwas. Außer das, was ich anhab, nämlich nichts. Also Waldläufer, oder? Ich weiß es nicht. Ja, machen wir Waldläufer, komm. Hauptsache, irgendwas. Das ist mal ein Stoff. Wollen die lieben Leute hier heute nicht, äh... Wie lange aufhalten, wollen wir etwas sehen, ne? So, Moment, ich geh mal schnell... Oh, warte mal, das war an der Werkbank. Da haben wir das. Nummer 1. Oh. Schön, danke schön. Ja, ich hab... Haben wir zwei? Lila, die Haare. Aha, so geil. Komm schon. Oh, super, danke, danke. Nummer 3. Hui. Hol mich ab, Standant. Hol mich ab. Ähm. Nummer 4. Adieu, kleiner Kamerad. Und? Oh. Oh. Was fehlt uns da jetzt noch? Oh, äh, wir brauchen noch... Ähm, ich gucke ganz kurz. Also, Mütze hab ich, Handschuhe hab ich, Brust hab ich, Beine hab ich. Hier fehlt noch, warte, da fehlt noch. Warte mal, Leinstoff. Geht mit. Palmblatt? Äh. Umhang hab ich ja... Was brauch ich denn jetzt? Warte mal, was brauch ich denn jetzt überhaupt? Waldläufer? Baumwollstoff brauch ich da bloß. Ach so. Na, das kann man doch machen. Das ist super angepflanzt hier draußen. Ne, ich hab doch noch genug einstecken. Ganz ruhig bleiben. Ah, okay. Wohl, ne, ruhig. Ganz ruhig bleiben. Oh, das war hier außen. Und das letzte, bitteschön. Du musst sagen, du hast ja auch außen ein bisschen rumgemacht mit der Figur und so. Sieht cool aus. So, wo war denn das? Du steckst jetzt einfach mal hier. Das war, glaub ich, hier drin. Ich weiß es nicht mehr. Der Onkel weiß es nicht mehr. Das war die Baumwolle dahinter. Der Halsschild war ja hinten drin. Und die Kupferbahnen waren... Hier war Hals. Oh, Armbrust. Oder kann ich die auch machen, wenn du möchtest. Wenn die mehr bringt vielleicht? Ich weiß es nicht. Ne, also vom Schaden her macht die Kupfer nur Kupferbogen mehr. Äh, starker Kupferbogen mehr. Wo haben wir denn diese scheiß Kupferbahnen da gehabt? Das ist ein Gepanzer. Ich tu die mal mit hier rein zu den Kupferbogen. Die Döns, ja. Okay. So. Wunderbar. Dankeschön fürs Ausrüsten. Fehlt dir noch irgendwas? Brauchst du da etwas? Ja, ich brauche Adrenalin. Adrenalin? Adrenalin. Adrenalin? Ja. Brauchst du noch Spitzhacke oder so einen Scheiß? Ach. Da wollen wir keine Materialien abbauen. Doch. Doch, ja. Doch, Spitzhacke. Ich brauche das hier rüber. Brauchen wir denn dazu? Das ist der Hacke. Boah, jetzt habe ich natürlich alles weggeheben. Der Hacke. Hacke. Ein. Der Hacke. 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 Ich führ das hier rüber. Und hier war irgendwo, habe ich das an, da hinten. Ein, ein, ein Kupfer brauchen und drei Holzscheids. Und für eine Axt ist ein Kupfer und drei Holzscheids. 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 Ah, ich habe apropos Baumwolle gefunden. Das habe ich machen Sinn. Blöde? Ich will jetzt die Holzscheiden mal. Die Holzscheide. Die Holzscheide war doch hier hinten. Da, da. Jetzt die letzte Küste wieder. Da, da, da. Da, 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 da. Ach hier. Die Holzscheide. Ding. Ähm. Ja. Wo war jetzt, ähm. Das gibt es doch gar nicht. Warum blicke ich den hier nicht durch? Ach hier. Weil hier keine Schilder gibt, das ist das Problem. Ich hoffe, wir können es bald noch interpretieren. So, jetzt brauchen wir es mal. Ähm. Mit Haute, Tür, Zaun, Holzfenster, goldenes, oh, goldenes Osterei. Wie kann das? Okay. Ganz viele Bunde. Ja, ja. Ach so, das ist. Oh, ein Teppichblock. Cool. So, Nummer eins. Das ist neu. Nummer eins ist fertig. Ungewirr, Teppichblöcke. Teppichblöcke. Ja. Unter Teppich und so. Aha. Oh, cool, ey. So, und jetzt kommt Nummer zwei. So. Schuppa, danke, Digga. Okay, hier ist nichts einsortiert. Nee, aber du musst mal auf Blöcke gehen. Und dann musst du dir mal angucken. Die roten Teppichblöcke. Das ist mal hier drin. Nee. Letzte Kiste. So, und das dahin. Und ja, ich hab's geschafft. Tobi, sehr schön. Das war schwer. So, meine lieben Freunde. Und jetzt gehen wir endlich mal auf Reisen. Oh, ich hab gar keinen Timer, apropos. Ich, ja, wir haben jetzt in ein paar zehn Minuten. Das ist okay. Alles im Grün. Weiß nicht. Genau, du bist ja jetzt quasi mein Schutzschild. Alles, was denn hier auf mich losgibt, bin ich tot. Tot. 12 von 2. 0 von 0. Oh, es gibt auch jetzt Ereignisse. Ich grad hier. Turm. Ereignisse 1 schon. Turm der Schattenritte. Wo, 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 wo finde ich den Turm der... ...Schattenritter? Über unten blinkt was. Ich denke, das dürfte das Ereignis sein. Richtig, Truniak. Wollen wir da mal hingehen? Warum nicht, mein Gott? Okay, dann reißen wir mal dahin. La, 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 la. So. Oh. Der Weltraum. Und endlich weiten. Kaktusebene. Yeah. Yeah. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Wow. Sehr schön. Da muss doch weiter. Und schießt ihn ab. Deutsche Flagg. Den muss er aber auch treffen. Kaputt. Ja, der liegt da. So, okay. Ähm. Da ist der Turm. Oder? Da ist der Turm? Da ist der Turm. Und dann hören wir mal den Schatz. Da ist der Auslaufenturm. Oh, hier ist aber auch ein Turm. Aber ich glaube, die meinen den Turm da hinten. Wollen wir erst mal den Turm holen und dann Rohstoffe holen? Das klingt gut, ne? Ja, ich würde für Rohstoffe dann lieber mal ein neues Level besuchen, oder? Alles klar. Na, super. War? Na, toll. Wollt? Huia. Ja, das hat die Blödsinn, die so wenig Level hat, aber... Römer auf. Römer auf. Warum sterbe ich denn an Dauern? Das gibt's ja gar nicht. Habe ich ne zu schlechte Waffe, oder? Was ist denn hier los? Dong, dong. Ja, gut. Nachkämpfer halt, ne? Das ist ja nicht ohne. Komm, sterb. Sterb, Junge. Sterb. Auch. Ah, Sprinten geht jetzt auch. Ihr müsst das Schiff sein, oder? Dieses, äh, freuen und wegrollen. Genau. Wow, Level. Was war das? Der Turm ist da oben. Ja, wir müssen dorthin an den Schatz holen. Wow. Was sagt das? 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 Wie kommen wir denn da hin? Immer der Nase lang. Oh, der Nase nach. Immer auf der Nase lang. Ja, auf dem Boot schmeißen. Okay, wir müssen uns glaube ich mal ein bisschen bütteln. Mach den da oben kaputt. Mach den da oben kaputt. Fein, fein. Komm. Drei Jahre später. Er ist tot. Ungedalter Maulwurf. Boah. Boah. Das tat weh. Ey, was ist das? Ich sterbe so auf die Kresse hier, ey. Das ist doch Wahnsinn. Ich sterbe nicht. Vorher stirbst du. Wenn du mich doch einmal ausgeholt hast, Kollege, ist hier was los. Weil ich nämlich tot. Ausgeholt. Mal raus, Kapikaze. Wow. Ich muss ja mal, wenn du zu Hause sind, muss ich nochmal gucken nach meiner Waffe, ey. Das ist ja nervig hier. Wow, 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 wow. Der hat ja auch, Liebherr. Yeah, kommt jetzt ausgenehmig. Sehr schön. Wow. Ich bin tot. Der Senzmann kam und hat mich wieder gestreckt. Oh, jetzt kommt hier oben so ein King, Alter. King. King wird aus. Ich brauche vielleicht erstmal einen Heiltrank. Hey, King, komm her. Get over here. Oh, zwei Kings. Muah. Hallo. Oh, der dreht mit Doppelzimmer. Ganz schön, ey. Ich renne mal um die rum und daddel den einen. Wo daddelst du den einen? Hm? Wow, tot. Uah. Dude. Mein Gott, geht das hier schnell. Ich sollte echt mal gucken nach einer neuen Waffe. Das ist nicht normal hier. Das ist... Gut, wir haben auch wieder nachts. Das sind wieder die... Nein, nackt, ja. Das sind wieder die Spezialgegner, ne? Wo immer nachts kommen. Kann sein. Pack ich mich nicht. Aber mir fehlen ja mal so Spezialschläge oder irgendwas. Ich kann nur herumhämmern. Spezial. Spezial. Ach so. Boah, ich häng. Nein. Ich häng. Ich bin tot. Hahaha. Das läuft, Onkel. Wo läufst du denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ich hab nur keine Ahnung. Die Monster hinterher. Die Monster hinterher. Ehe, was geht. Ehe, was geht. Wir haben uns doch hier durch den Boden gebuddelt. Ja, wir haben uns ja gebuddelt irgendwie. Ich höre hier bei Schritte. Warum? Alter, Geister. Jetzt bin ich doch nicht. Ich bin schon wieder tot. Das gibt's doch gar nicht. Wow. Aber man kann dieses automatische Zielen ausschalten. Jawohl. Wo finde ich denn das? Ach ja, Option bestimmt. Kamerasteuerung. Das wird Pürsen. Gamepad. Getriggtheiten. Kameraintensive. Kameradämpfung. Debit Actionbar. Wat? Feindfest anvisieren. Manuell. Ja. Das ist nämlich sowas von störend. Wow. Aua. Nicht mit Nero. The Nero coming home. The Nero coming home. Wooo. Ja, es läuft. Ahaha. Was hast du gedacht? Nicht mit mir. Ich bin die rollende Rolle. Ach, ich renne gar nicht. Ich roll mich einfach nur vorwärts. Ja, man. Das ist so cool. Ich bin die rollende Rolle. Ich bin die rollende Rolle. Da, 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 da. Oh. Ausweichen. Wow. Ausweichen. Ja, er ist tot. Ich brauche auf jeden Fall erstmal einen Heildrang. Achtung, weg. Boah, ein Schlag, alter. Ne, die Hose. 10, 16, 10, 10, 16, 16, 16, 16, 10. Was für eine Damage-Zahl. Mein Gott. Ihr glaubt, es geht nicht mehr. Kommt von irgendwo da und leer. Wee. Und fall doch um, Junge. Was ist denn los? Ich glaub, ich weiß, was so ein Problem ist. Was denn? Meine Waffe ist... Kaputt? Kaputt. Boah, die Fahnen. Die Fahnen nehmen wir mit. Hey, die sieht cool aus. Aua. Ja, ja, wenn ihr denkt, ich bin eine Klaue, habt ihr recht. Boah, ich bin schon wieder tot. Was ist denn hier los? Boah. Boah, Alter. Die Kugel ist an der Wand abgeprallt. Für mich um der Ecke herrisch. Was für ein Cheater. Der Wahnsinn, ey. Alter, was bist du für einer? Okay. Wenn wir irgendwo Stein haben, bin ich verstanden. Oh, für Level 11. Halbe Ewigkeit. Boah. Aua. Aber irgendwie haben sie die Haltbarkeit der Sachen ein bisschen verringert. Könnte es sein? Nee, war vorher schon so kacke. Echt? Okay. Ist ja echt kacke. Boah, Alter. Alter, wieder tot. Aber ich habe diesmal zwei anstatt einen Schlag gemacht. Uh. So, jetzt mal eine Runde genießt. Ach, genau. Der Todumfeld hier ist ja unnormal. Oh, was hat denn hier? Nur hoch von anderen Planeten, oder? Also, ich glaube, das ist einfach zu schwer. Bist du? Ich komme überhaupt nicht weiter. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich sammle gerade was Essbares. Um, dass ich mich heilen kann. Ach so. Ja. Das klingt natürlich episch. Ah, ebel. Und nebenbei, jetzt habe ich gleich noch ein bisschen Wasser, was wir eben brauchen. Dut, 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 dut. Wow, ich habe, ich, habe ich eine Reichweite mit der Achse, ist ja der Wunderbar. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier versuche, einfach durchzurennen? Probier's doch mal. Ich bin oben. Aua. Du bist gefahren? Tot. Da oben, da oben ist auf jeden Fall der Schatz. So noch drei Gegner. Schatz? Mhm. Cool. Auf geht's. Mein Gott. Einige Seite. Sag mal, hast du kein Schild oder sowas? Nein. Nix, wo du mit blocken kannst? Nein. Ich fahre mal drauf und sterbe dann. Okay, das ist natürlich auch die Möglichkeit, vorwärts zu kommen. Okay. 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 Nero ist auch ein kleiner Cheater. Warum? Weil Nero ein kleiner Cheater ist. Warum? Nero sich jetzt keine Lust hat, mit so hässlichen kleinen Monstern sich rumzuärgern. Dann rennt sie einfach vorbei, oder was? Boah, das ist ja noch keiner. Ja, eben. So einfach ist das nicht. Warte mal, vielleicht können wir einfach den Typen... Ach, hast du den, Schatz? Ja. Ja. Okay, dann brauchen wir den nicht zu besiegen. Das war jetzt ein Pfeil, aber die Kiste kaputt. Hey. Hast du alles eingesammelt? Ja, ja. Ich habe alles eingesammelt. Wir haben zwei Energiekristalle. In Oberfrost-Saphir haben wir. Eisenplattenblocks haben wir 10. Sprengbombe 2. Eisenerz 8. Seide 5. Eredelter Frost-Saphir haben wir 3. Und so gedöhnt. Ja. Okay, dann würde ich sagen... Genau. Erforschen wir ein neues Gebiet. Ich bin auf jeden Fall noch im Plan. Was sind das für hässliche Viecher? Woi! Okay, wir müssen hier... Hier haben wir 2 von 2. Hier haben wir 2 von 2. Obwohl da 3 rausgehen. Wie sieht es denn hier aus? 0 von 2. 2 von 2. 0 von 3. Okay, wir haben hier oben einmal Toxmoor. Und wir haben einmal Palmenpatina. Was würde dich denn mehr interessieren? Palmen oder Moor? Palmen. Palmen. Okay, dann... Gibt es da hier irgendwie Levels? 11, 11? Nö, gut. Okay, dann würde ich sagen... Reißen wir mal. Der Palmen. Der möchte Palmen, der Kerl. Ja! was möchten sie trinken kalter kaffee heißer kaffee großer kaffee kleiner ich fliege noch ich fliege doch die die dinge die abklingen zeit von den von den von den schleifstein ja immer noch das ist so wunderschön hier das ist ja schön ich sehe ein ganz großes helles licht so pflanzen natürlich abbauen das ist klar ob es palmen setzlinge cool genau aber auch du weißt was ich brauche stein wo stein ich habe rote stein rote diamante flammen rubin rucksack ist voll da habe ich ein gelbes portalfragment alter dieser stelle so jetzt müssen wir uns auf jeden fall erst mal schleifsteine machen schleifstein das ist ein block ist kein stein block sind darfst du oh ok ich weiß gerade nicht gut drin basalt stein block so was anderes oder basalt schleifsteine herstellen kannst du basalt schleifsteine herstellen ja ich weiß was ich nicht kann ja gut das ist ähm kopfrechnen keine ahnung das war eine hervorragende äh aussage nein du trägst du das fache was bist du ja ich habe schildi getötet ich habe eine mumie gefunden ich habe eine mumie gefunden immer wenn ich irgendwas tötet findest du etwas besseres ah ich bin tot das stimmt was mich tötet ich habe keine ahnung ich laufe gerade aber wir hätten mal portalsteine mitnehmen sollen das wäre doch mal so richtig clever idee gewesen aber hey mein gott wollen wir jetzt erstmal erkunden und wir sind schon acht du heilige maria ja wir haben jetzt eine überlenk folge ja ja verlässt du dich auf Nero bist du verlassen hey das würde ich jetzt so nicht sagen man ist vielleicht ein bisschen angeschränkt oder so beschränkt aber ja das ne aber ok ich würde sagen wir machen jetzt gar nicht lange rum ja genau das würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen schaut auf jeden Fall bei Nero unbedingt mal vorbei Nero ja spiel link in der video beschreibung und ja dann bis dem nächsten folgen tun gesegnet sein tschüss 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 Vielen Dank.